ARD Text im Auftrag von Funk Maßgeschneidert und nach deinen individuellen Vorstellungen gestaltet. Alles, was das Herz einer jeden Meerjungfrau Öl erschlagen lässt. 2.458,90 Euro. Ich glaube, ich mag's offiziell. Was? Mit der Behinderung. Papa, du bist nicht behindert. Das sind wir erst einmal wieder bewiesen. Geben Sie mir mal Ihre Hände. Schließen Sie die Augen. Sie fallen in einen angenehmen, zufriedenen Zustand. Ja, was, Hermann? Na, immer nur behindert? Jo, ja. Und wir lassen locker. Wenn ich eine Meerjungfrau sein kann, will ich wenigstens ein Tickenfisch werden. Ich bin ein Tickenfisch. Nein. Ich bin ein Tickenfisch. Vielen Dank.